Komm, Alter! Hä? Komm, wir müssen jetzt was durchziehen. Ja. Meine Nerven, Digga, ich hab nur noch 5% Nerven. Ich muss mich gleich erstmal aufladen. Ich bin wieder runtergefahren. Und willkommen, Leute, was geht? Ja, wir sind halt mit Elias. Könnt ihr auch abchecken auf TikTok. Eli. Ja. Ist ein krasser Typ. Wir spielen heute End-View-World. Oder wie heißt das Game? Only Up. Socken wir. Ich hab schon hier den größten Stress bekommen. Wir gehen in diesem Spiel. Und gucken, da ist der Stress schon wieder. Da ist er schon wieder. Das ist doch perfekt. Ja, und liked und abonniert. Nicht vergessen, ja? Liked und abonniert nicht vergessen, ja? Das sind einfach die Welt-Trikorde. Der beste Welt-Rekord ist einfach bei 9 Minuten. Nein, 8 Minuten. 59. Ja, 9 Minuten. Ja. Man rundet ja auch deswegen. Wir spielen heute ohne Jahr. Ja, das ist was. Wir sind ja ohne. Mal angekommen. Och, geht doch drauf, ja. Genau. Nein, ich bin wieder zu weit gesprungen. Also. Ja, das Spiel will es nicht anders. Ja. Digga, ich will so nicht lange durchziehen hier. Ah, die wird, ja. Pfff. Perfekt. Perfekt, ey. Wirklich. Ich frage mich, wenn das nicht geht. Kann ich mir nicht mehr drauf. Ich kann mir auch nicht drauf sein, aber hier. Leute, alle, die einen Vorrahmen haben lassen, auf diesem Video ein Like dann, alle die eins an mein Abo. Ist halt so dumm, aber. Das wird halt auch niemand machen. Niemand mag dich. Ich bin zu weit, Mann. Ich bin einfach zu weit. Nein, ich bin zu kurz gesprungen. Digga, das gibt's nicht. 1 Meter. Warte, Eli. Warte auf nicht. Ja. Ja. Und Leute, ich sage euch, wenn das wirklich mit den, ähm, mit den Kommentaren jetzt gehen wird, dann schreibt mir mal euren Rekord hier auf, also die Minuten und wieviel Meter. Würde mich mal gerne interessieren, als wenn das mit den Kommentaren geht. Ich weiß ja nicht, ob's irgendwann mal gehen wird, oder ob es mal gehen wird. Ah. Alter, ihr wollt mich verarschen, ey. Ich kann das Spiel einfach nicht mehr spielen. Digga, ich kapier's einfach nicht. Wie, wie, wie kann man das so was schaffen, so in acht Minuten, in neun Minuten, in neun Minuten hier, äh, keine Ahnung was zu schaffen. Die Welt drauf, bis da ganz oben. Ey, das ist niemals echt. Weltrekord, wenn nicht einer von dem Weltrekord halt dann wäre halt auch da. Ey, fang mich mal, Eli. Leute, ich hab eine BK an euch, äh, wenn ihr bei meinem TikTok vorbeischaut, sendet das gerne an alle eure Kollegen weiter, weil ich würde schon. Ja. Da will viele Follower knacken. Ja, das war ja zu krass. Das schaffst du doch safe. Also Leute, alle E, also kleines E und großes E, kleines L. Ja, großes E, kleines L und kleines I auf TikTok und folgt denen. und lasst bei mir ein Like und ein Abo da. Ich heiße auch noch App Zettel und mein Profil ist ein Club ASV Wintersdorf und ja. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr auf TikTok mal seid. Also da nicht bin ich ja, also ich darf ein Videos hochladen, weil ja. Also ich komme hier einfach nicht nach oben. Ich sag dir, ne, das Video wird gleich, wenn ich jetzt noch einmal runterfalle, wird das Video aufhören. Ich sag dir noch. Ganz ehrlich, man will hier einmal was probieren oder hat jemand geschrieben? Ja. Luis. Luis hat mir einfach geschrieben. Jetzt geht es erstmal weiter. Wenn ich jetzt noch einmal runterfalle, da war es was ist das hier? Da mache ich das Video. Ende. Ja, okay. Das gibt, also ich, also wer hat denn so ein Pech, ey? Und ich schwitze in meinen Händen. Ja, Leute. Das war es mal mit dem Video. Ist ein bisschen kürzeres Video, aber wenn man das halt, ja. Weil das andere war zu lang. Sei leise. Ja, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn das mit den kommenden Tieren geht, dann schreibt mal eure beste Zahl auf und eure, eure, ähm, ja, eure Meter halt. Also, ja. Eure Meter ist zum Beispiel 200 Meter, naja, und so. Und eure Zeitanzahl, wie ihr es geschafft habt. Ja. Ja, und, ähm, hier guckt bei Eli, bei TikTok vorbei und lasst da auch ein kostenloses Follower da. Ciao, Leute. Ciao.